Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen jetzt, müssten mittlerweile auch meine Mariuschka-Comics kennen. Ich bin jemand, ich zeichne oder ich versuche mein Leben in Comics täglich zu zeichnen. Die letzte Zeit war ich ein bisschen faul, gebe ich zu. Aber ansonsten zeichne ich tatsächlich alles, was mir so auffällt. Ich versuche früher, früher habe ich versucht, jeden Tag einen kleinen Comic zu machen über mein Leben. Also Sachen, die mir im Leben passiert sind, Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Also alles Mögliche, was mir so im Leben passiert. Wie so eine Art Tagebuch oder so auch so ein nachträgliches Tagebuch. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, ich kann auch andere Sachen zeichnen, aber mir macht es unheimlich Spaß, diese Comics zu machen. Diese Comics sind wirklich auf, ich versuche mich wirklich so zu zwingen, im geringsten Level überhaupt zu bleiben. Die Story im Vordergrund steht und nicht perfekte Augen, perfekte Haare, perfekte Dings. Es könnten sogar Strichmännchen sein. Hauptsache jemand anderes sieht die Story und weiß, was gemeint ist. Ich bin darauf damals gekommen, beziehungsweise hat mich auf dieses Thema ein ganz besonderer Mensch gebracht, dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin dafür. Und zwar ist es ein Künstler aus Berlin, der mir erzählt hat, dass er damals von Kuba weg ist, mit keinem Wort Deutsch und in Deutschland gelandet ist. Und die einzige Sprache, mit der er sich verständigt hat, war seine Zeichenkunst. Wenn er irgendwo zum Bäcker ist und was wollte und die ihn nicht verstanden haben, hat er sich ganz schnell was auf die Hand gemalt, hat denen das gezeigt. Und die wussten, okay, er will jetzt ein Brötchen kaufen oder so. Und er hat wirklich alles daran gelegt, schneller zu zeichnen, damit es wie eine Sprache wird für ihn. Und bei ihm war es so, dass er meinte, er findet für sich, dass Kunst was mit Geschichten erzählen zu tun hat. Dass es wichtig ist, dass eine Geschichte da ist, die auch verstanden wird. Das möglichst schnell. Das fand ich richtig, richtig krass. Und ich habe mich lange, lange Zeit komplett blockiert, was Zeichnen angeht, weil ich immer so darauf war, dass es perfekt sein muss, dass es anderen gefallen muss, dass es krass aussehen muss, dass es real aussehen muss, dass es fotografisch aussehen muss. Das ist aber nicht der Punkt bei der Kunst. Nicht in dem Sinne. Wir haben uns oft getroffen und haben sehr oft sehr viel miteinander gezeichnet. Über Stunden. Wir haben viel Drake gehört dabei. Es war eine krasse Zeit. Und jedes Mal, wenn ich ihm das Bild gezeigt habe, habe ich so, guck mal, siehst du, was ich meine? Hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, was du da gemalt hast. Ich verstehe die Story nicht. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Another one, another one, another one. Und ich habe mich totgezeichnet und irgendwann hat man irgendwie gecheckt, was ich sagen wollte. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben und bin dabei geblieben und gesagt, okay, ich setze mich jeden Tag dran und male und male und male und male und das hat mir so gut getan. Und ich habe wieder so zu meinem künstlerischen Selbstgefühl selbst gefunden. Und ich habe das so geliebt. Ich habe damals in einer italienischen Eisbar gearbeitet und meine Chefin hat mich immer Mariuschka genannt. Und dann war klar, dass die Seite des Comics Life of Mariuschka hieße. Damals sein Name war Life of ... Also habe ich gedacht, okay, er ist mein größtes Vorbild. Also Life of Mariuschka. Ein bisschen später, immer noch einer meiner besten Freunde hat mich damals auf einen YouTuber gebracht. Und dieser YouTuber hat eine Mischung aus Animation und Vlogging gemacht. Und das hat Boom gemacht. Und ab dem Moment war klar, ey, ich kann YouTube-Videos machen, ich kann quatschen und ich kann eventuell auch noch Mariuschka ins Leben rufen. Und dachte, das ist das perfekte Paar. Ich will auch sowas machen wie er. Ich will auch diese Art von Animationen lernen, diese meine Bilder mit reinbringen, Mariuschka mit reinbringen. Diese Zusammenführung von Marie im realen Leben und Mariuschka mit Mariuschka mit Mariuschka gezeichnetes Leben zusammenbringen, das war so, das will ich machen. Darauf habe ich richtig Bock, so. Weil die Frage war, ich hätte Bock, YouTube zu machen, aber was habe ich Bock auf lange Zeit zu machen? Was macht mir auf lange Zeit Spaß? Was kann ich auf lange Zeit machen? Und auf einmal war es da. So, bring Mariuschka und Marie-Dominique zusammen und mach das. Der Wille war gefasst und los ging's. Ich habe mir versucht, Animationen beizubringen, alles mögliche beizubringen und ich bin daran frustriert. Ich versuche jetzt seit über Jahren ein Video hochzuladen, wo ich meine Zeichnungen zusammen mit meinem Gequatsche hochbringe. Und es wird und wird und wird nichts. Und ich habe ein Depressionsding nach dem nächsten, weil jedes Mal, wenn ich mich daran setze, ist einfach nichts wird. Ich versuche Animationen und es wird nichts. Ich sitze stundenlang dran, gucke, wie Leute reden und es wird nichts. Und ich schaffe es einfach nicht, abzuladen und ein Video daraus zu machen. Und es deprimiert mich so hart und es macht mich emotional so fertig. Genau an diesem Punkt bin ich jetzt gerade wieder. Damals war es so, dass ich wirklich mir diesen YouTuber angeguckt habe und gesagt habe, wow, da willst du hin. Das ist dein Vorbild, da willst du hin. Ich habe seine Videos so oft gesehen, habe mir YouTube durchgeforscht, wie ich Animationen lerne, wie ich das am besten hinbekomme. Ich habe versucht, meine Zeichnungen anders zu machen, habe verschiedene Mimiken, alles Mögliche habe ich versucht. Bin jedes Mal wieder gescheitert für mich selbst, weil es immer nicht genug war für mich. Und in meinem Kopf hatte ich so diese Fantasie, dass ich, wenn ich nur irgendwie die Möglichkeit hätte, jemanden zu treffen, wie damals diesen unfassbar tollen Künstler aus Berlin, der sich mit mir hinsetzt und mit mir zeichnet und sagt, noch mal, noch mal, noch mal. Und ich sage, aber was fehlt denn? Und er einfach sagt, mach das minimalistischer. Es ist immer noch too much, es ist immer noch too much. Einfach jemand, der sich mit mir hinsetzt an den Tisch und mit mir wie ein Kind an Sachen bastelt. Ich dachte, dann macht es Klick. Das Lustige war einfach, dass ich diese Animationssachen weiter versucht habe und ich eine Story gepostet habe, wo ich den YouTuber, der so mein absolutes Idol war, drauf markiert hatte. Im Sinne von, vielleicht kann mir Punkt für Punkt helfen. Und das Krasse war, dass dieser Mensch da sogar drauf geantwortet hat. Und ich bin ausgerastet. Ich dachte, ich dachte, mein Herz explodiert. Ich wusste, ich dachte, das ist der Key. Jetzt hast du einen Menschen, wenn er dir helfen kann, wenn er dir nicht helfen kann, dann kann dir keiner helfen. Wir sind in Kontakt getreten. Ich habe öfter mit ihm geschrieben. Irgendwann kam dann dieses, war das so, dass er eine Story von Puerto Rico hochgeladen hat. Und ich so, wow, das sieht so schön aus. Das Meer ist so wunderschön. Und er so, wie witzig wäre das, wenn wir uns im Januar in Puerto Rico treffen. Und ich dachte, dieser, ich dachte, das ist, das ist, für mich war er Level 100.000. Er ist wirklich, er ist, er ist einer von den Top-Leuten von YouTube. Und dieser Mensch sagt, wie wäre es, wenn wir uns auf Puerto Rico treffen? Ich bin aus allen Wolken gefallen, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mein größtes Idol gibt mir die Möglichkeit, ihn zu treffen, privat. Also, Marie, du darfst das nicht verkacken. Auf jeden Fall. Erstmal dachte ich so, okay, bleib auf dem Boden. Vielleicht ist das auch einfach nur zu schön, um wahr zu sein. Keep cool. Dezember kam und ich habe ihn gefragt, wie ist das eigentlich? Und er so, ey, ja, komm nach Amerika, besuch mich und lass uns kennenlernen, lass uns treffen. Und ich dachte, ich werde nicht mehr, ich habe geguckt, dass ich alle Hebel in Bewegung setze, um nach Amerika zu kommen, um diesen einen Menschen, auch wenn es nur kurz Hallo ist, einfach kennenzulernen. Das war der Grund, warum ich nach Amerika bin. Und ich saß da und dachte, jetzt, jetzt wird was Krasses passieren. Ich habe gedacht, jetzt kommt der Moment, wo du jemanden besuchst und ihr könnt euch hinsetzen, wie kleine Kinder und den ganzen Tag einfach nur zeichnen und animieren und Videos aufnehmen und schrauben. Jetzt hast du, jetzt, jetzt triffst du dein Idol, mit dem du dich hinsetzen kannst und lernen kannst. Ich dachte wirklich, ich gehe da hin und wir, wie ein kleines Kind, und wir zeichnen den ganzen Tag und bin dann da hin und das war es dann aber nicht. Ich muss sagen, ey, ich liebe diesen Menschen, ne? Er ist die beste Seelisch, aber treffe nie dein Idol, denn das war so deprimierend für mich, weil dieser Mensch war unfassbar toll und er hat sich super viel Zeit für mich genommen und ich bin da von Herzen, Herzen dankbar, weil ich diesen Menschen kennenlernen durfte und auch immer noch ist er ein Mensch, dem ich um Rat bitte und mit dem ich lebe und der mir wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber es ist nicht das passiert, was ich dachte. Ich bin dorthin und wir sind, wir haben tolle Sachen unternommen. Wir waren in der Spielothek, wir waren im Kino, wir waren überall essen und es war wirklich eine richtig, richtig tolle Zeit. Ich hab, wir waren da, wo er gearbeitet hat, was er in seinen Videos gezeigt hat, wo er seinen ersten Kuss hatte und so eine Sachen, das war crazy, das war richtig, richtig toll. Aber wir haben nicht einmal zusammen gezeichnet. Er hat mich gefragt, mit welchen Menschen, wenn ich mir aussuchen könnte, lebend oder tot, mit wem ich gern mal an einem Tisch sitzen wollen würde und ich hab gesagt, das ist so witzig, weil eigentlich ist er das so. Und er so, ja, und was hätt, was hätt, was würdest du, dann hast du jetzt die Möglichkeit, was würdest du fragen oder was fragst du? Und ich so, ja, wie machst du das mit dieser Animation und mit dieser Mischung aus Animation, Zeichnung und Video? Und er meinte, dass er Leute bezahlt, er dann immer wieder Probleme hat, weil die dann nicht pünktlich abliefern oder gar nicht abliefern und ganz doll Kontakt. Also zu der Zeit hatte er sehr viele Probleme mit seinen Animateuren und er hat erzählt, wie viel Geld er bezahlt pro Minute und alles Mögliche. Ja, für mich hat sich rausgestellt, er macht das gar nicht selber. Also er ist das Brain, er ist der Geschichtenerzähler, aber er ist nicht der, der die Zeichnung macht. Für mich ist da so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, wenn ich mein größtes Idol kennenlerne und die Möglichkeit habe, den Schaffert kennenzulernen, der das, was ich so unfassbar gerne machen würde, auf so einem hohen Niveau macht, wenn ich ihn kennenlerne, ihn mit seiner super minimalistischen Art, nicht irgendwie Disney-Film oder so, sondern super minimalistisch, aber so einfach zu verstehen, so unfassbar kreativ und gut und das Storytelling und alles. Und dann sagt er mir, dass er das gar nicht macht, sondern er ist das Brain, er denkt sich die Story aus, er engagiert die Leute und erzählen denen, kann das irgendwie so weitergeben, dass sie da was draus machen. Aber das war für mich super enttäuschend. Das ist wichtig zu wissen, bevor man in das zweite Video reinsteigt, weil ich ab dem Moment, wo ich in Amerika angekommen bin, aufgehört habe zu filmen. Ich habe keine Stories mehr gemacht, ich habe nicht mehr gefilmt, weil es einfach so war, dass Amerika grau, also es war einfach alles immer grau. Das heißt, es war jetzt nicht futuristisch irgendwie schön, sondern es war einfach alles grau. Im Park war alles voll. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt was filme, was so optisch wunderschön ist. Und das zweite ist, ich war so dankbar, dass jemand wie er sich Zeit für mich nimmt. Und die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, war so schön, also so rein menschlich, weil er einfach dieselben Hobbys hat. Wir haben uns unfassbar gut verstanden, einfach unfassbar gut unterhalten. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich frustriert war von meinem Idol, aber ich habe einen unfassbar tollen Menschen kennenlernen dürfen. Und wir hatten tolle Gespräche und immer, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dann ist mein Handy in der Tasche oder aus oder weg, weil ich einfach so fokussiert bin darauf, auf diesen Menschen und auf das Real Life, dass ich nicht alles durch eine Kamera sehen möchte und nur durch ein Handy. Und ich vergesse das einfach. Das Lustige ist, ich hatte meine Kamera durchgehend dabei. Ich hatte durchgehend die Kamera, mit der ich jetzt gerade aufnehme, dabei. Ich hatte durchgehend mein Handy dabei. Aber ich habe es nicht einmal rausgeholt, weil ich einfach so mit ihm war und so neugierig war, was er erzählt. Ich wollte alles aufnehmen. Ich wollte wissen, ich wollte alles, alles einsaugen. Von Kopf bis Fuß wollte ich alles einsaugen. Und ich wollte, ich wusste, ich habe nur ein bis zwei Wochen mit diesen Menschen. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Menschen jemals wieder in meinem Leben, in Real Life sehen werde, weil es einfach so unfassbar teuer ist, nach Amerika nicht nur zu fliegen, sondern auch das Hotel und alles. Dass ich einfach diese zwei Wochen, die ich dort war, einfach nur genießen wollte. Und ich habe tatsächlich in Amerika auch gar nicht so viel gemacht. Ich war joggen, weil man unfassbar gut dort joggen konnte. Die Straßen waren glatt und breit. Ich habe mir ein neues Skateboard gekauft. Ich habe da so tolle Menschen auch kennengelernt, wo ich eigentlich noch ein anderes YouTube-Video drüber machen könnte. Nur wegen diesen Menschen, die ich dort kennengelernt habe. In diesem Skate-Shop. Ich habe beim Flug allein eine tolle Frau kennengelernt, die auch eine Story für mich hatte. Also ich habe so viele Storys, die ich erzählen konnte über Amerika. Ja, ich habe tolle Storys, aber ich habe keine Bilder. Ich habe keine Videos. Also so gut wie keine. Und das Einzige, was ich machen kann, ist Zeichnen. Beziehungsweise ich habe Bilder von dort. Also ich habe Bilder dort gezeichnet. Und jetzt bin ich gezwungen, Mariuszka mit nach Amerika zu nehmen. Und ich verzweifle schon den gesamten Tag da dran. Ich versuch's. Drückt mir die Daumen. Let's go.